Nein. Und nochmal. Nein. Hat das jetzt jeder gehört. Na, Hein, ich werde mich zu dem Thema nicht äußern. Mann, du. Der letzte Sonntag ist jetzt wie lange her? Ja. Aber so lange wie diesmal ist mir der Abstand noch nie vorgekommen. Ich glaube, ich bin ungefähr anderthalb Epochen gealtert, weil ich ungefähr anderthalb Tausendmal gefragt wurde, was ich denn jetzt zu der katastrophalen Krise eines gewissen Fußballvereins aus Gelsenkirchen sagen würde. Und jedes Mal habe ich gesagt, nein, von mir kein Wort dazu. Fußball? Schalke? Wieso fragst du ausgerechnet mich? Ich habe doch Ahnung davon. Frag doch irgendeinen von den anderen, die nix davon wissen. Dann wird das wenigstens komisch. Ist doch normal in diesem Land. Hier stehen die lustigen Experten doch Schlange, wenn wieder irgendein Thema aufgerufen wird, von dem sie auch nix wissen. Wenn du was über die Krise von Schalke wissen willst, dann ruf doch bei diesem Sarrazin an. Der ist ganz großer Spezialist für misslungene Integration. Ja, der hat die letzte Mannschaftsaufstellung von Magath gelesen. Alles voll mit Ausländern. Jetzt schreibt er Teil 2. Schalke schafft sich ab. Oder frag doch hier die, diese Alice Schwarzer, was mit dem Verein los ist. Die kann ja links wie rechts. Was Franz Beckenbauer für den Sportteil, ist Alice Schwarzer für Vermischtes. Deswegen steht sie ja, wie der Franz, bei der Bild-Zeitung auf der Lohnliste. Da ist sie gerade für die Verhältnisse von Herrn Kachelmann zuständig. Ja, heute macht sie Kachelmann, morgen Kopftuchunterdrückung. Warum nicht übermorgen die Krise von Schalke? Dieses Land ist voll mit Experten. Schauspieler erklären den Klimawandel, katholische Bischöfe die Familienplanung und Bankenvorstände die Steuermoral. Warum sollte ausgerechnet ich was zum Thema Fußball sagen? Ja, da kannst du ja jetzt in der nächsten Halbzeitpause mal eine Viertelstunde drüber nachdenken. Viertelstunde, schaffst du schon. Glück auf. Viertelstunde, schaffst du schon.